Ich sehe einen, er verändert sich, er platzt, er platzt, er explodiert. Havanaida, Todesbiss der Satansweeper. Auf einer geheimnisvollen Südseeinsel entdecken Wissenschaftler einen makabren Teufelskult um die Inkarnation des Bösen. Havanaida, die Satansweeper. Sie wird gejagt, gefangen und in die USA gebracht. Hey, was tun sie da? Ich weiß schon, was ich tue. Sie ist frei. Sie wird unbarmherzig gejagt, doch sie schlägt grausam zurück und findet immer neue Opfer. Raus hier, weiter. Lauf, Susanne, lauf. Raus hier, raus. Die neue, atemberaubende Dimension des Grauens. Havanaida, Todesbiss der Satansweeper.